Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den Armer. Mein Führer, sind Sie einverstanden? Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Dieser Versager, dieser Schmerzen. Ein paar Vanille, ein Faulpinz! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Verrat an meiner Person! An meiner Person!